Rolf Eden, er galt als der letzte Berliner Playboy und prägte mit seinen Diskus New Eden und Big Eden das Westberliner Nachtleben. Am 11.08.2022 ist Rolf Eden mit 92 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Mit Mitte 70, als nach dem Mauerfall dann in Berliner Osten viel los war, zog Eden sich zurück. Sein Big Eden verkaufte er, von seinem Image mochte er nicht lassen. Ein Playboy ist ein Mensch, der jede Sekunde seines Lebens genießt, lautete sein Credo. Am 11.08.2022